Sascha Hehn hautnah quasi. Sascha Hehn ist ja einfach ein guter Typ. Ein Versuch, ein interessanter Versuch. Eine Home-Story, ne? Das gehört dazu. Das will ich sehen. Dass man so ein menschliches Bild zeigt von so jemandem, den man nur als Star in der Ferne bewundert. Wir möchten gerne sehen, wie so ein Herrn Hehn eigentlich jetzt lebt. Stellen Sie sich mal vor, die Leute würden das alles sehen, so wie ich lebe. In einer goldenen Badewanne draußen diese vier Ferraris in der Garage. Das erzeugt nur Neid. Mach mal die Kamera aus. Das Wertvollste, was ich besitze, ist ein Fernseher. So. Und so will ich mich auch sehen. Tja, so lebt der Nummer, Sascha. Willkommen in meinem gemütlichen Zuhause. Darf ich Ihnen vorstellen? Eine bessere Hälfte? Herzlich willkommen zu Hause, Saschi. Es fällt mir selber schwer, mit der Figur Sascha Hehn in so privater Form umzugehen. Du bist so anzillig. Vielleicht nicht unbedingt das, was die Leute tatsächlich sehen und wissen möchten.